Dann mache ich hier natürlich noch So Und das hier das muss natürlich dann auch entsprechend Zack Stein sein und dann mache ich die Treppen auch So Ach das geht ja inzwischen auch, wieso? Ich bin das einfach so gewohnt, es tut mir leid, da gab es bestimmt auch schon Kommentare Du könntest Treppen ums Eck bauen Aber ich bin es einfach so gewohnt mit diesen Zwischenknubbeln, weil ich immer so gebaut habe und ich habe ganz viel so gebaut Wie gesagt ganz viele Dungeons, ganz viele Kanalisationen Auch ne, auch ne Krypt, ach, auch ne Krypta So und dann haben wir hier nämlich wunderbar, gut das sieht jetzt hier nicht ganz so wunderbar aus Die müsste man vielleicht, ne, das kann ich nicht machen hier, oder? Naja, zumindest geht es dann hier runter und dann kann man auch immer gucken, da kann man auch immer noch gucken Ah ja Hm? Ja? Hm? Was ist, was ist denn? Sag mal Wer wirft denn da mit Blöcken? Ach, die scheiß Arbeiter, werfen wir hier ihren Müll aus dem Fenster, weißt du? Das Gesocks Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir? Holz, vielleicht einfach normale Eichenholzbretter? Wäre eigentlich ne gute Gelegenheit mal was anderes zu verwenden, aber wir haben halt Eichenholz gerade so schön dabei Und hier ist ein Eichenwald, liegt natürlich ein bisschen auf der Hand Und wir haben ja Eichenholzstufen auch dabei Da ist ja wohl ein Witz Also das ist ja, also das ist ja Ein Traum So, dann mache ich jetzt mal die Eichenholzstufen So, und dann machen wir hier mal so'n, ne, hier so'n kleinen Pier sozusagen Wobei ich den eigentlich auch mit Treppen bauen könnte, ganz ehrlich gesagt Aber da brauche ich erstmal ein bisschen mehr Holz Ich glaube das mit Treppen ist vielleicht gar keine schlechte Idee Dazu muss ich aber erstmal hier natürlich So'ne Hilfsdinger anbringen Und was ich dazu auch noch brauche, sind natürlich Holztreppen So, und die müssen wir aus Holz basteln Und ich weiß noch nicht genau, wie weit der Pier nach vorne geht Der wird dann glaube ich noch so'n, so'n Querstrebe haben Damit da wirklich auch Boote anlegen können Nicht nur so, sondern vielleicht auch so Aber nur ne kleine Querstrebe Und da muss ja auch ein bisschen Platz für Schaluppen sein Was wollte ich machen? Treppen wollte ich machen Dafür brauche ich natürlich erstmal Richtiges Holz, ich brauche Platz Ich brauche dringend Platz, Alter Ich muss Tut mir leid, ich muss erstmal wieder Slaps loswerden Scheiße Jö Hüps-die-hüps-die-Hüps-die-Hüps-zi-ü-ps-die-Hüps-die-Hü-ps-dua-p-Hüa-ah Her So So, ich sollte mir Themen und Geschichten ausdenken, wenn ich hier gerade am verbauen bin. Eine Sache, die ich ansprechen wollte, war ja dann, hatte ich mir überlegt, vor Ewigkeiten schon, schiebe ich immer vor mir her, weil ich immer nicht weiß, hm, doofes Thema. Es ging so um Facebook zum Beispiel, um Datenschutz, um eigene Daten, die man angibt, weil viele ja sagen, ach, ich möchte der Datenkrake Facebook meine hochsensiblen Daten nicht übermitteln. Und dann denke ich mir immer, ja, aber ganz ehrlich, was denkst du denn, wer du bist? Also, weiß ich nicht. Also, bei mir ist das zumindest so. Ich habe mich dann auch immer irgendwie eine lange Zeit immer falsch genannt und sonst irgendwas. Und irgendwann dachte ich mir, ach, weißt du was? Oh, Moment, Katzen. Ach, weißt du was? Fuck it einfach, weil ganz ehrlich, wer ist denn an dir als Individuum interessiert? Die sind ja mehr an der Masse interessiert. Und ob sie da jetzt irgendwie affine Werbung bei mir schalten oder sonst irgendwas. Und vielleicht machen sie dann auch ein Persönlichkeitsprofil von mir. Ach, weißt du, big deal. Da habe ich persönlich, also das kann jeder für sich halten, natürlich, wie er will. Datenschutz ist ein ganz sensibles Thema. Muss man sich auch Gedanken darüber machen. Aber wichtig ist nur, dass man sich auch Gedanken darüber macht. Die einen wollen halt vehement nicht, dass irgendwas von ihnen im Netz steht. Alter, Moment. Ja, Entschuldigung, der Nase kratzt wieder wie eine Sau. Ähm, die einen wollen halt, dass gar nichts von ihnen im Netz steht oder sonst irgendwas. Die anderen, ich meine, man kann ja auch Fake-Daten eintragen. Aber ganz ehrlich, man hat es doch selber in der Hand, was man da ausfüllt und was nicht. Also ich persönlich, das möchte ich niemandem empfehlen natürlich, aber ich persönlich habe damit einfach meinen Frieden gefunden. Ich gebe halt so dies und das an, aber natürlich auch nicht alles. Ich möchte auch nicht, dass Facebook zum Beispiel, nehmen wir das immer als schlechtes Beispiel, dass die auch alles von mir wissen. Das möchte ich gar nicht. Aber ich sage ein Stück weit, okay, das ist okay, wenn das von mir da steht, wenn das Foto von mir da veröffentlicht ist, man kann sich quasi auch ein eigenes Persönlichkeitsprofil online anlegen und sich sozusagen auch so öffentlich da präsentieren, wie man das gerne möchte. Das habe ich ja auch schon, bevor ich jetzt hier bei YouTube mit Gronkh unterwegs war oder sowas, da habe ich mich da ja auch schon als, ne, also war ich da auch schon privat unterwegs auf Fazzebuch und habe da auch schon meinen Frieden gemacht, habe da aber auch schon drauf geachtet einfach, was von mir da erscheint und was nicht. Aber ich würde jetzt nicht vehement sagen, nein, niemals! Denn mit der Zeit gehen, naja, sollte man schon und sich allem Neuen verschließen oder sich neuen Sachen verschließen, ist immer so die Sache, muss man für sich selber abwägen. Aber wie gesagt, schaltet euren Kopf ein, überlegt euch selber, was ihr wollt und was ihr nicht wollt, inwiefern, bis wohin ihr bereit seid, irgendwas von euch aufzugeben in Sachen Datenschutz oder Privatsphäre oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, wenn man bei jedem beschissenen Gewinnspiel alles, alles, seine ganzen Daten in den Rachen wirft, wo man direkt weiß, da ist ne Gewinnspielmaschinerie hinter, äh, dann weiß ich nicht. Gewinne eine Xbox. Oh geil, hier ist meine Schwanzgroße. Entschuldigung, das war jetzt übertrieben, ich entschuldige mich dafür. Aber ganz ehrlich. Gewinne eine Playstation 3. Oh geil, hier sind Nacktbilder von mir. Also da gibt's ja auch mehr als genug. So. Also nicht Nacktbilder, aber halt, äh, solcher Leute, die dann sofort aufspringen, wenn's irgendwas zu gewinnen gibt, sofort alles von sich preisgeben. Und dann anderswo aber darüber lästern, dass andere Leute das von sich preisgeben. Ich melde mich doch nicht bei Facebook an. Diese Datenkraken. Gewinne eine Xbox. Oh geil, hier Nacktfotos, naja, ein Pornofilm, den ich letzte Nacht gedreht habe mit mir selbst und einem Huhn und, äh, anderen Möbelstücken auch. So, auf jeden Fall, äh, weißt du, was ich meine? Das ist, äh, immer so ein bisschen dieses zweischneidige auch wieder. Was wollte ich machen? Entschuldigung, ich weiche vom Thema ab. Obwohl ich gar kein Thema habe, weiche ich trotzdem davon ab. Ich bin einfach weich. Soft. Herzlich willkommen bei unserem SoftLP. Mein Name ist Josef und ich mache die softesten LPs auf YouTube. Ganz zärtlich schlage ich hier, warte, warte. So. Zack, 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 zack. Und theoretisch könnte ich hier schon mal den hier machen. Ob das aussieht, weiß ich nicht. Ich glaube, dann mache ich da das Holzding doch hin. Dann haben wir hier nämlich so einen Übergang, so ein bisschen auch. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh. So und so. Nö, dann geht der Pier einfach so über. Und hier muss ich jetzt, ja, mit der Spitzhacke vor allen Dingen, hier will ich jetzt auf jeden Fall die Slips nicht ins Wasser verlieren. Das wird auch beim Brückenabbauen eine Katastrophe. Na, super. Ich bin übrigens Profi. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Profi. So. Ja, sieht aber schon mal gar nicht so schlecht aus eigentlich. Wie ist das, wenn ich hier eigentlich... Nö, das geht gar nicht. Das lassen wir mal schön bleiben. Ich glaube, das ist schon ganz cool so. Dann haben wir hier so einen kleinen Pier. Eigentlich müsste ich den Weg noch einen versetzen. Einen nach hier. Vielleicht mache ich das gerade einfach mal. Ist ja alles Work in Progress hier, ne? Da muss man halt hier nun wieder mal das Level-Design ändern. Ihr als erfahrene Spieleentwickler habt da sicherlich Verständnis für. Äh... Äh... Ich habe gar keine Treppen mehr. Hm... Gut. So. Und dann... Einer Weg... Ne, der ist zu klein. Huch. So. Dann hau ich mich hier wieder durchs Gewelk und dann mache ich den Berg halt ein bisschen. Muss ich leider ein bisschen anpassen. So, da müssen wir eh mal gucken, wie wir das machen. Aber das geht ja natürlich auch so. Und jetzt lege ich hier einfach... Doch, hier kommen ja eh Slaps hin, ne? Und dann bräuchte ich da auch noch Treppen. Aber dann sieht es hier zumindest... Siehst du, das sieht dann wesentlich besser aus. Und hier haben wir dann mehr Platz für Blumen. Jeder liebt Blumen. Ihr scheißgeilen Blumen. So, jetzt mache ich aber wirklich eine kleine Aufnahmepause und dann soll ich die Zukunftsgronk darum kümmern, wie wir hier so schneisen, reinreisen. Die Brücke ist, äh, von der Breite her schon mal ganz gut. Da müssen wir da... Da fehlt nur alles andere. Und die kommt dann auch noch komplett weg. So, und mit dem Pier gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Die Dinger hier kommen auf jeden Fall weg. Und was der Pier auch noch braucht, ist... sind Nisten. Kein Pier ohne Nist. So, und hier mache ich mal... Ach, da können wir eh noch Holzstufen machen. So ein bisschen. Gut, da fehlt jetzt noch ein Eckchen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich da unten dann... Da muss ich noch Erde hinmachen. Na toll, habe ich gerade weggerissen. Aber ist egal, kann ich ja da wieder... Ganz easy, cheesy. So, mache ich mal eben so. Na. So, da war ich zu nah dran. Uah. Ich kann übrigens 10 Minuten unter Wasser die Luft anhalten. Ich glaube nicht. Eine Leiter wäre hier noch ganz gut. Und was ich da noch machen will... Gut, hier müsste ich dann vielleicht noch ein bisschen... Äh, 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 wirklich Stein machen auch. Vielleicht da auch dann. Da hätte ich gerade eine Idee, was ich da machen kann. Oh, raffiniert, Gronkh. Du alter Hund. Ich weiß jetzt, was ich da mit diesen Arbeiterdingen machen kann. Oh, raffiniert. Ja, auf jeden Fall. Hier müssen wir noch ein bisschen rumreißen und so weiter und so fort. Wenn wir das dann wirklich so ausbauen wollen. Und ganz ehrlich, hier passt so eine Hafennische auch wesentlich besser hin... ...als da drüben bei unserem Dörfli, wo wir die zuerst gebaut haben. Da passt die thematisch einfach nicht wirklich rein. Und hier sind wir thematisch weit weg von allem. Hier können wir machen, was wir wollen. So, und dann müssen wir mal gucken. Wenn ihr noch Ideen habt für hier irgendwas, ne? Und so, dann, wie gesagt, immer fleißig die Kommentare posten. Ich lese die eh alle durch. Also, ich überfliege die natürlich. Weil das sind so viele, die kann ich nicht... Äh, da kann ich mich nicht hinsetzen. Irgendwie eine Pfeife stopfen, die Beine übereinander schlagen mit dem Bademantel. Und dann erstmal jeden Kommentar. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte einst. Also, ich überfliege die und lese die meistens natürlich auch alle. Wie gesagt, Vorschläge immer gerne rein. Ich bin sehr gespannt, was dabei zusammenkommt. Und ansonsten bin ich auch sehr gespannt, wer sich hier inzwischen beworben hat. Und wen wir da in Bälde einquartieren dürfen. So, ich bin erstmal raus. Nikolaus. Und wir sehen uns dann bald wieder da hinten. Da drüben kann man eigentlich auch, da auf die Insel. Könnte man auch so ein schönes, einsames Häuschen auch machen. Was man dann von der Brücke sieht. Oder vielleicht auch von der drüben. So ein kleines Holzhäuschen. Also nur so eine kleine Hütte einfach nur. Nichts Großes. Nur was Kleines, ne? Einfach, dass man so ein paar Akzente auf den Weg setzt, die man hier so abläuft. Oh, epische Musik zu einem Sonnenaufgang. Ne, den warte ich jetzt nicht ab. Wir sehen uns gleich wieder in den nächsten Aufnahmen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.